71. Lektion Klein Fritzchen Wir wollen Ihnen heute eine deutsche Persönlichkeit vorstellen, deren Name sowohl den Jungen als auch den Alten geläufig ist. Warten Sie, Sie werden gleich selbst sehen, wer das ist. Na, wo ist er denn gerade? Ach ja, natürlich, in der Schule. Der Lehrer fragt die Kinder in der Deutschstunde. Na, Kinder, welche deutschen Vornamen kennt ihr denn so? Hannes, sagt sofort die kleine Erika, die immer die schnellste ist. Sehr gut, lobt sie der Lehrer. Aber der richtige Name ist Johannes. Achim ruft dann ein anderer Schüler. Ja, aber das heißt Joachim, verbessert ihn der Lehrer. Daraufhin meldet sich stürmisch Klein Fritzchen. Der Lehrer ruft ihn auf und fragt ihn lächelnd. Na, welchen Vornamen kennst du denn, mein Junge? Jochurt, antwortet Fritzchen strahlend. Klein Fritzchen Wir wollen Ihnen heute eine deutsche Persönlichkeit vorstellen, deren Name sowohl den Jungen als auch den Alten geläufig ist. Warten Sie, Sie werden gleich selbst sehen, wer das ist. Na, wo ist er denn gerade? Ach ja, natürlich, in der Schule. Der Lehrer fragt die Kinder in der Deutschstunde. Na, Kinder, welche deutschen Vornamen kennt ihr denn so? Hannes, sagt sofort die kleine Erika, die immer die schnellste ist. Sehr gut, lobt sie der Lehrer. Aber der richtige Name ist Johannes. Achim ruft dann ein anderer Schüler. Ja, aber das heißt Joachim, verbessert ihn der Lehrer. Daraufhin meldet sich stürmisch Klein Fritzchen. Der Lehrer ruft ihn auf und fragt ihn lächelnd. Na, welchen Vornamen kennst du denn, mein Junge? Jochurt, antwortet Fritzchen strahlend. Sowohl, als auch. Не только A, но и B, как A, так и B. Er ist sowohl größer als auch dicker als ich. Он не только выше, но и худее, чем я. Слово «Чей», «Чья», «Чё», «Чи», связывающее предаточное предложение с главным, на немецкий переводится как «дессен» «мужской средний род», или «дирен» «женский род» и множественное число. Der Mann, dessen Frau gestern weggelaufen ist, findet seine Pantoffeln nicht. Die Personen, deren Namen mitbeginnen, kommen bitte an den Schalter 6. Лица, «Чьи имена» начинаются на «К», подойдите, пожалуйста, к окошку N6. Смотрите урок 77, параграф 4. Selbst. Или. Selber. Разговорная форма, означает «сам». Ich mache das selbst. Равно. Ich selbst mache das. Я делаю это сам. Richtig. Правильный, верный. Das ist nicht der richtige Weg. Это неверный путь. Sich melden. Поднять руку, представиться, но в ситуации с телефонным звонком у этого слова иное значение. Es meldet sich niemand. Никто не отзывается, не отвечает. Stürmisch. Бурный, мятежный, порывистый. В немецкой разговорной речи фонетическая разница между глухими и звонкими согласными не так отчетливо, и у ребенка могло создаться впечатление, что слово. Joghurt. Joghurt. Буквальный, может произноситься именно так и имеет нечто общее с именем Гурт. Буквальный перевод этой фразы, ответил сияющий Фрицхен. Strahlend. При части настоящего времени, как и в русском языке, оно может выступать в роли определения существительного, и тогда согласуется с ним в роде числе. Das lächelnde Kind, ein lächelndes Kind. Улыбающиеся дети. Улыбающиеся дети. Я сегодня все знала, что меня спросил, что он спросил меня. Он у меня любил. У вас этот отчет не доступен? Не так стюрмisch, дети. Я не знаю, что я не милая. Welche deutsche Persönlichkeit kennen Sie? Sie hat sowohl die russische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Kommen Sie doch bitte selbst vorbei. Ihr Mann kann das nicht für Sie machen. Tante Erika, hast du schokolade? Das heißt, hast du bitte schokolade? Ich habe eine Stunde auf der Bank gewartet. Man hat meine Nummer als letzte angerufen. Sie sagt, ich liebe euch alle beide. Herzlichen Dank. Viel Glück. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.